was ist geschehen youtube herzlich willkommen heute machen wir mal eine runde lol ich habe jetzt zwei minuten verpasst in der ich ganz viel gesagt habe aber gut habt ihr nicht gesehen habe aus Versehen flash gedrückt und so kann ich halt sagen ist gar nicht passiert da jetzt habe ich schon gesagt wir spielen rengar jungle mal gucken wie das so läuft another piece for my collection damit ihr bescheid wisst double coup hier mein blue buff ist schon weg auf mein weg schon level 4 boah die pusht an enemy has been slain strike when ready die 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 aufpassen nicht dass master je hier kommt was er ja master je was er je lange ist sowieso so richtig für babies die 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 nichts wird weglaufen Wir sind hier ein 126er Heal, habt ihr gesehen? 126. Nicht schlecht, paar Runen habe ich schon. Ohne Witz, ich habe mir Tier 2 Runen gekauft, ich schwöre es euch. Werdet mich bestimmt auslachen, aber ist so. Geh mal zurück. Oh, also muss ich aufpassen. Golamb, damn Bob. Dann habe ich nämlich meine Ulti, hoffe ich zumindest. Ja. Die sind ja hier schon real Primates. Läuft. Oder hier, guck mal. Komm mit Schlampe. Rengar hat ja ein richtig geiles neues Splash. Ah, der ist schon fertig. Oh, fuck. Okay, sie hat keine Summoners mehr. Das ist schon mal gut, wenn sie Sprint geused hat. Wo ist der hier eigentlich? Der war noch nicht einmal. Irgendwie wird machen. Nee, ich kiel mich erst mal ein bisschen. Okay, eigentlich habe ich Pods, ne? Dann brauche ich das eigentlich nicht, Freunde. Ah, okay, Master. Hier war unten. Hm? Okay, free kill bot lane Oh, wir müssen in der Mitte Das Problem ist, sie kann einfach rausjumpen Was für Nerv Niederlärte auch nicht so Oh, 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 oh Fuck Ich guck mal, ob sie sich verpisst Ja, ich weiß nicht Ah, da will ich sie nicht Another piece for my collection Come on Strike when ready Easy way Ich guck mal Good job Top tower haben wir Fuck Wen haben die überhaupt unten? Ist das Silian? Ach, Gottes Willen Ach, Silian, ja Das ist zum Kotzen Okay, ich geh bot lane B BRB Then bot Bolt So, haben wir erstmal das Und dann Das Und nochmal ein Porto hin On my way, ihr Lieben Alter, sie ist tot Alter, sie ist tot Dann geht's los, siehst tot Oder, siehst tot Und dann geht's noch Dann geht's noch Ah, das hat red buff Hilfe von mir, aber pingt mich weg, die alte Möse. Entschuldigung, dass ich so wenig rede. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir spielen LOL, ne? League of Legends. Ich glaube, ihr habt es schon. Ich schwöre, wenn ihr es nicht erkannt habt, voll die Opfer. Hilfst du. Jetzt spiel ich den E-Skill bei beiden so ein bisschen. Good job. There is the Hunter and the Hunted. You're so sweeeet. What's an OP, botlane? What's an OP? Das liebe ich ja so an Ringer. Du kannst da einfach rein. Das Blöde ist nur, dass er nie einen Escape wirklich hat, ne? Nothing will escape. Don't trip. Good job, Blitz. Ah, der arme Blitzy-Boy. Ja, die Riven ist Feed. Eigentlich Hauptziel gewesen, dass Riven gefeedet wird. Und die gefeedete Riven kann mehr machen, als so eine gefeedete Jinx, die sich anstellt, wie der letzte Lappen. Na? Deswegen. Keyed Riven und dann ist GG. Also, das Aufnahmeprogramm nimmt auf. Ich bin stolz. Äh, was nehmen wir denn? Unimas nehmen wir... Ne, wegen dem Crit alleine schon. So, hierhin. Brasilien nervt ihr Huren. A true Hunter never rests. Good job. Good job. You must have flashed. Da, wo ist die Kleiderflasch? Tch, hahahaha. Oh mein Gott. Erstmal hochgehen. Wie er sich geflasht hat. Geil, der lacht so leise aus. Ich schwör's euch, wie er sich geflasht hat. Oh ja weg. Weil ich weiß, was ich... Ich blöde. Komm mal hochgehen. Spiel. Ja. Hahaha. Das Kata ist geil. Hahaha. 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 Die Cutter ist geil. Die versucht aber auch immer bei mir wieder. Good job, Riven. Äh, was ich mir überlege. Erstmal Hydra holen. Das ist ganz gut. Bis hierhin auf. Hydra gehen und sowas. Mal gucken, was da noch so kommt. Das ist jetzt auf Nummer 5. Okay, der Pink ist auf Nummer 5. Mein Pink steht oben noch, deswegen brauche ich den noch gar nicht usen. Ich packe den mal da hin. Basta 1-77 haut alles weg. Assist money. Ja, ja, gleich. Das ist ein Red Knight. Das ist ein Red Knight. Das ist ein Red Knight. Goddammit, dieser Hurensohn. Goddammit, dieser Hurensohn. Das habe ich nicht mehr gesehen. Dieser Drecks-Noob, Alter. Riven kann oben eigentlich alles machen. Ja, Master Yi ist auf dem Elo-Level. Richtig dein Loob, Alter. Oh mein Gott, er überlebt das. Nein, er überlebt er nicht. Der Minion-Damage. Der eine Minion, der vorne stand am Tower, hat ihn getillt. Getillt. Getillt hat er ihn. Was habe ich eigentlich jetzt schon? 16? Ne, 6. 2 Fies. Wie viel habe ich insgesamt? Okay. Es ist der Hurensohn und der Hurensohn. Ruh. Ruh. Nicht so schnell. Wäre ich da geblieben, wäre ich vielleicht auch noch mitgestorben. Deswegen. Da unten, da wo Kata, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich da drinnen bleiben sollen, aber man kann das nicht vorhersehen. I'm a nigga. Oh, oh, oh. Oh man, please. Hey, das hättest du nicht machen sollen. Sie hätt in der Tierform bleiben sollen und jumpen müssen. Ich weiß gar nicht, wie ich meine aktiv mal hinlegen soll. Ja, ja, 0 Blue. Genau, deswegen hast du deine Midlane verloren. Ist schon klar. In der Hurensohn. Mach dir die ganze Zeit schon. Das Problem ist, dass Riven die ganze Zeit solo jetzt geht. Das nervt ein bisschen. Weil wenn sie das nicht machen würde, dann hätten wir nicht dieses große Problem, dass immer irgendwie was Schlimmes passiert. Wir brauchen ihn noch für den Scheißding. Tausend. Nee, vierhundert noch. Dreihundert noch. Wenn sie die Person. Gehen Sie den Gehörlern. Es war klar, dass die zu ihr gehen Nice Zuerst mal Blue Nidalee What the fuck? Wieso backe ich da fest? Ja der Seelie, oh ein schöner Speer gerade Nice Ich bin zu Pussy, das nervt auf dem Account Level Ich hätte da nicht reingehen sollen, das war irgendwie falsch Oder ich hätte Lucian fokussen sollen, wäre der raus gewesen Wer wäre das anders, glaube ich, gekommen? So ein bisschen bad Der Seelie nervt so ein bisschen ab wegen seiner Drecks-Ulti Das ist halt richtig zum Brechen, Alter Seine Ulti ist so zum Kotzen, Leute Ich gehe mal schnell hoch Aktivieren wir Junimas So werden Waves geklebt Meiner Ich taue Das klingt So, Ulti ist ready Okay Hier, hier. Wir haben jetzt wieder ein... Oh, der ohne Riss. Please, Cutter. Please. Please. Nicht mit mir. Ich kann nicht mehr. Das geht immer ein bisschen lang. Das kann ich gelappen. Das kann ich gelappen, Cutter. Ach, Leute. Was machen wir? Ah, Last Whisper. Fehlt mehr. Fehlt Last Whisper. Letztes, vorletztes Item, Last Whisper. Und dann vielleicht nochmal ein Tank-Item. Ich bin leer, was ich geliebt. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Oh, mein Gott, will ich helfen. Ich hab mir Amumu's gekauft, ich fand den schon süß. Amumu. Amumu, klasse. Okay, Uldie ist raus. Oh mein Gott, please. Oh mein Gott. Nidalee und Jinx. Wir hatten seine Ulti schon raus, Mann. Oh mein Gott, please. Oh mein Gott, please. Oh mein Gott, please. Oh, viel zu lange. Seht ihr, wie schlecht ich bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Problem ist, der Master Yi ist so das größte Bob-Ding, was es gibt. Nice Feet Yi. Weil ihr Flame hilft natürlich sehr viel. Whose head shall I take? Come on, we can't do this. Nice one. Okay, jetzt habe ich Last Whisper auch easy zusammen. Ich muss das, das muss weichen. Ich brauche Defense. Ich hole mir GA. All mid now. 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 Die. All mid now. All mid now. I used to know Mr. Err. Der wurde schon mal. All mid now. Der wird nicht vergessen. Err. Err. Der red. Err. Es. Err. Schade. Das wäre gut gewesen, hätte er ihn jetzt gekriegt. Ja, das wäre gut gewesen. wenn ich den rauskriege aus dem game dann ist vorbei dann haben wir gewonnen dann gewinnen ja nice i seek only the strongest job you have a good oh schön schön getroffen nice 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 good job good job wow hardcore lag gerade try it try it i seek only the strongest jaja immer wieder immer wieder ein bisschen das gut was ich mache müssen nur top aufpassen oh nice nice er hat ihn good job das war so intensiv gerade alter leute ich schwörs euch aber richtig nice man kann sogar auf low leveln sieht man sogar mal wie krass eigentlich links sein kann okay good job good job good job really good job don't risk so much good job das ist richtig geil man kann wirklich intensive fight haben auf so einem level ist auch jetzt gerade mal wieder so das erste mal was ich wirklich cooles richtig coolen teamfight an dem wir haben war wahnsinn alter echt spaß gemacht jetzt ok ok i have ga ja da sind sie drinnen ja da sind sie drinnen ok 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 What the fuck is she doing? Ja, GA kann ich jetzt verkaufen, weil das Item an sich bringt mir nichts mehr. Das dauert zu lange, der cooldown ist über 5 Minuten, dann hole ich das und baue das aus. Nice. Nice good job. Wow, wir haben alle Turrets. Wir haben alle Bot-Turrets, man. Wir könnten Backdoor probieren. Wir müssen schnell machen. Der geht nicht schnell genug dauernd. Okay, go. Nein, nein. Geil. Geil, man. Schönes Game. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.